Hallo und herzlich willkommen bei Fadi von Fin Studio. Überraschend habe ich doch noch Zeit gefunden ein neues Video zu machen und eine neue Tutorialserie anzufangen und das ist in Vorbereitung dieser neuen Serie wo es um Cubase geht und zwar Cubase 13 habe ich hier so ein kleines Video zu Cubase 13 schon mal vorbereitet so als kleinen Einstieg und zwar geht es heute in dem ersten Video um die Library um den Manager der Library. Da gab es auch jetzt habe ich noch keine großen Videos zugesehen und sicherlich für Anfänger auch immer nicht leicht zu erkennen was für uns die täglich damit arbeiten ist das überhaupt kein Thema und wir haben völlig vergessen dass wir da irgendwann auch mal drei Tage gesucht haben bis wir die Lösung gefunden haben um etwas von A nach B zu transportieren innerhalb des Rechners das kann schon ausufern aber in dem Fall hat uns Steinberg richtig was schönes an die Hand gegeben nämlich den Steinberg Library Manager der wirklich genial ist ich habe Vergleichbares noch nicht gesehen softwaretechnisch für DAWs wie einfach man hier die ganze Library von A nach B schieben kann ohne irgendwelche Verluste das will ich euch heute zeigen und das soll mein Einstieg sein in Cubase 13 für 2024 so ein kleines Weihnachtsgeschenk noch für die Leute die da mal ein Problem haben mit der Library oder jetzt mit Cubase anfangen noch ein kleiner Hinweis von mir Cubase ist ja eigentlich sauteuer wenn man so weiß ist eine professionelle DAW die natürlich ihren Preis hat und das ist auch gerechtfertigt es gibt aber von der Firma Splice tatsächlich die Möglichkeit Cubase zu abonnieren und zwar nicht so ein Abo wo ich das abonniere und irgendwann habe ich es dann auch nicht sondern ich kaufe es dort auf Raten dort muss ich keinen Kredit abschließen oder irgendwas sondern Splice ist ein Anbieter der monatlich einen Beitrag nimmt in dem Fall sind es glaube ich knapp 17 Euro und dann nach zwei gefühlten zwei drei Jahren ist das dann dein eigenes das heißt du zahlst im Prinzip bloß ab kannst aber jederzeit wenn du es jetzt mal nicht brauchst auch stoppen das heißt du kannst zehn Jahre dafür bezahlen am Ende gehört es dir ja das ist völlig in deinem Geldbeutel überlassen wie und was du damit machst schaut euch einfach mal an auf der Firma Splice ich werde unter dem Video mal so einen Link verlinken und könnt ihr dort schauen ich kriege da kein Geld oder irgendwas auch nicht wenn auf den Link klickt ist mir egal ich wollte nur für diejenigen die vielleicht sagen mein Gott 600 Euro 500 Euro und allein nur für die DAW wenn ich mir die jetzt neu kaufe muss das denn sein ist ein Haufen Kohle heutzutage wir wissen alle Preise steigen nein muss nicht sein ihr könnt es tatsächlich über Splice auch ganz normal abonnieren und könnt es dann trotzdem über Cubase aktivieren und generieren und Cubase erkennt auch dass es dann von Splice eine Version ist überhaupt kein Thema das geht übrigens mit Bitwig und mit Cubase das sind die einzigen beiden DAWs die aktuell dort angeboten werden also mehr braucht man eigentlich auch nicht mit Bitwig kann ich schön basteln und Cubase ist einfach das Nonplus Ultra als DAW da gibt es nichts dran vorbei tut mir leid ich wüsste nicht was da besser sein soll aber gut das ist immer Geschmackssache wir schauen erst mal rein der Library Manager von Cubase Genieus ja zuerst müssen wir den Steinberg Library Manager natürlich installieren und falls ihr das nicht schon habt die meisten werden es vielleicht schon haben wenn sie Steinberg haben ihr könnt natürlich auf diese Webseite von Steinberg gehen hier oben unter Steinberg.net findet ihr das und könntet unter Support im Prinzip auch den Manager finden alles akzeptieren da schreibt ihr hier oben einfach ein Library Manager und da klickt ihr hier drauf aktueller Library Manager und dann wird da hier runtergeladen ja zum Beispiel oder es gibt auch die Möglichkeit das direkt hier vorne bei Google reinzuschreiben Library Manager Steinberg so dann schreiben wir das da rein dann haben wir hier den Steinberg Library Manager da sind wir direkt auf der richtigen Webseite das ist Steinberg also ein übelst langer Name ja da habt ihr einmal für Mac und einmal für Windows könnt ihr hier anklicken und dann wird da einfach hier downgeloadet und das geht auch also es es gibt viele Wege führen zum Steinberg Manager von daher jo und wir öffnen einfach mal das ganze Ding hier und klicken das ja doppelt an Datei Ordner Anwendung und dann installiert er das ganze dann müsst ihr das einfach im Prinzip mit ja beantworten und dann ist der irgendwann drin ja ist relativ einfach da können wir nicht viel falsch machen deswegen will ich das jetzt nicht machen ich habe es ja schon installiert ja ich habe mir den bei mir auf meinem Windows natürlich hier vorne irgendwo abgelegt sodass ich nicht ewig immer rum suchen muss und habe mir den hier hergelegt auf meinen Startbildschirm im Prinzip unter Windows 11 und klicke den an und schon wird er geöffnet ja das ist im Prinzip der Steinberg Manager der hier gerade auch noch alles aktualisiert von dem was ich gestern noch bearbeitet und verschoben habe so sieht er erstmal aus so ähnlich wahrscheinlich bei euch mehr oder weniger umfangreich je nachdem wieviel Sounds ihr von Steinberg gekauft habt oder welche Version ihr von Steinberg habt von Cubase habt oder auch Nuendo ja im Prinzip ist das ein relativ einfacher und schlanker Manager der wirklich leicht zu bedienen ist ihr habt hier oben die verschiedenen Reiter von euren Instrumenten die ihr habt eure Libraries letztendlich wo ihr Grooves habt Cubase oder Nuendo habt ihr die ganzen Sachen die in dem Programm mit drin sind dann habt ihr hier in meinem Fall The Grand wenn ihr die größte Version habt ja dann habt ihr hier Patch-Up, Retro-Look und Backbone also ihr habt hier verschiedene Instrumente und Libraries die ihr alle anklicken könnt und dann hier entweder runterschmeißen könnt oder verschieben könnt oder euch hier in dem Fall einfach mal die Details anzeigen lassen könnt wo sind denn die überhaupt installiert ja und darum geht es uns das können wir dann hier oben erstmal festlegen indem wir hier auf das ganz kleine Einstellungszahnrädchen gehen und sehen hier oben Library Default Location das heißt Default steht immer für Standard Library Standard Speicherort sage ich mal und das ist bei mir jetzt hier E als SSD und dann kann genauso Cubase schnell die Sounds dort wegladen die hat ungefähr 1 TB und habe dort alle Sounds gespeichert sodass ich dort auf dem C was ja eigentlich mein Betriebssystemslaufwerk ist was ich vorhin erwähnte und das war schon voll ich hatte nur noch 4 GB jetzt habe ich die knapp 196 GB von Steinberg vom C aufs E verschoben und habe schon wieder fast 200 GB frei das ist toll so brauche ich mir für das C keine neue Festplatte kaufen könnte man auch machen und dann die alte Festplatte auf eine neue drauf schieben ist alles möglich aber auch ein riesen Aufwand und mit Mehrkosten verbunden muss ja alles nicht sein also hier könnt ihr einfach festlegen ich sage mir mal wir habt jetzt alles im C abgelegt habt dort alles gespeichert und habt dann gesehen scheiße das C wird voll also geht ihr hier in den Library Manager und hier oben auf dieses Zahnrad klickt hier drauf und sagt dem zum Beispiel ihr wollt jetzt so wie ich in E einen eigenen Ordner den habt ihr euch vorher angelegt habt ihr es nicht gemacht dann klickt ihr hier rechts rein und sagt einfach hier ihr müsst natürlich gucken dass ihr nichts auswählt dann klickt ihr hier in so ein freies Feld und sagt hier neuer Ordner zum Beispiel und dann schreibt er dort rein Steinberg Library oder was und dann sagt er okay und dann ist der Ordner da und den könnt ihr dann quasi hier oben speichern klicken wir jetzt einfach an und zack ist dieser Steinberg Library Ordner jetzt der Standort Ordner das heißt wenn ihr jetzt irgendwo was hin verschiebt wird er automatisch alles auch wenn er es jetzt danach neu installiert alles auf diesen Ordner verschieben das macht er nicht automatisch wenn ihr jetzt einfach das Programm ausmacht und wieder an dann verschiebt er nicht automatisch alles auf diesen Ordner das müsst ihr schon per Hand machen ist aber jetzt auch keine große Sache dauert ca. 5 Minuten ist wirklich nicht schlimm also ich mache es natürlich wieder rückgängig ich habe bei mir ja schon für Cubase einen Sound Content festgelegt ja und so soll es auch bleiben und ja das ist mein Standort Ordner wie könnt ihr das jetzt verschieben im Prinzip habe ich euch das ja schon gezeigt ihr geht auf Details seht hier zum Beispiel euer C wo euer Bösendorf Close abgeschlossen ist oder abgelegt ist oder sagen wir gehen jetzt mal auf ein Helion und sagen okay Amt Elektra da haben wir geguckt ach das ist hier zum Beispiel im C bei euch irgendwo unter Programme und was weiß ich und dann geht ihr einfach hier auf Move und sagt wo ihr über Move das ganze hin haben wollt nämlich dann in diesem Bereich zu eurem neuen Ordner den ihr erst gerade angelegt habt ja Steinberg Library zum Beispiel dann sagt ihr okay Ordner Auswahl dann fängt er nämlich an und schiebt das rüber und ihr werdet es nicht glauben er ist schon da es ist auf derselben Festplatte logisch geht es da schnell aber das waren gerade 2 GB knapp also das geht rucki zucki sensationell es geht übrigens auch von SSD zu SSD übelst schnell und das waren wie gesagt 2 GB ja größere dauern vielleicht mal 10 Sekunden und deswegen sage ich ja ich habe ja 200 GB in 5 Minuten verschoben das mache ich hier Schritt für Schritt für alle Sachen die ich bei Steinberg habe und schon habe ich alles natürlich auch könnt ihr alles nach und nach anklicken da arbeitet das auch nach und nach ab da gibt es auch keine Überlastung für den Rechner oder so und schiebt das dann Stück für Stück alles rüber sollte jemand von euch natürlich noch eine schnellere Variante haben wo ihr alles auswählen könnt und alles mit einmal verschieben könnt dann bitte in die Kommentare schreiben das habe ich leider noch nicht gesehen ich mache es jetzt aber wieder zurück zu dem wo ich es hatte nämlich mein Cubase Sound Content und dann ist es nämlich auch wieder da wo es hingehört genau wie die anderen die auch im Cubase Sound Content sind so so viel dazu das war im Prinzip schon der Library Manager der ist wirklich dann habt ihr natürlich hier oben noch die Sortierung nach Namen nach Größe und nach Datum das geht alles ja das ist so ein Standard es ist nicht viel was ich euch hier zeige aber sicherlich für den einen oder anderen der das Problem hatte es ist wirklich ganz easy natürlich könnt ihr es auch hier wieder runterschmeißen und sagen okay ich will das jetzt gar nicht mehr haben dann könnt ihr es unregistrieren oder zum Mülleimer schieben oder das ganze abbrechen das geht natürlich auch ja so im Prinzip war das schon das ganze Lied was ich singen wollte ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Steinberg Library Manager wir beginnen 2024 will ich mich jetzt mal festlegen am Anfang des Jahres mit der Tutorialserie zu Cubase 13 ich werde mir ganz viel Mühe geben mich nicht im Detail zu verlieren aber auch nicht zu oberflächlich zu werden einfach erst interessant zu gestalten und Schritt für Schritt für die Anfänger und Einsteiger natürlich Cubase 13 zu erklären ist einfach der Hammer ich bin seitdem die 13 rausgekommen ist bin ich total geflasht und überrascht wie schön doch Cubase das alles angepasst hat und wie viel Mühe sie sich allein schon für die Oberfläche gegeben hat und das ist ja nur das Kratzen oben an der Oberfläche die haben ja wirklich Effekte und Sounds reingepackt von jenseits gut und böse da kannst du ja teilweise schon andere Firmen wieder abbestellen oder verkaufen softwaretechnisch die brauchst du dann einfach nicht mehr zum Beispiel um Gesang zu bearbeiten also das ist der Hammer und nicht nur Gesang sondern auch Drums und so weiter aber gut das wollen wir dann nächstes Jahr bequatschen ich verliere schon wieder den Faden ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich danke euch natürlich immer für die Zeit die ihr hier mit mir verbringt und ich hoffe natürlich wie immer dass ich euch was mitgeben konnte in dem Sinne euer Fadi von Finn von Fadi von Finn Studio bis bald und demnächst Ciao